Ja, jetzt willkommen zum Live-Media-Update für Sonntag, den 18. August 2024. Viele Zuschauer, sowohl der Mainstream als auch der neuen Medien, sind gerade in heller Aufregung, da sich die zweite Pandemie-Runde vermeintlich abzuzeichnen beginnt. Deshalb möchte ich mit diesem Bericht etwas Licht ins Dunkle bringen, damit wir besser einschätzen können, was wir in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten haben und welche möglichen Ziele vielleicht hinter dem aktuellen Ausbruch stecken könnten. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, hat die Weltgesundheitsorganisation den aktuellen Ausbruch von MPOX, wie die Affenpocken mittlerweile genannt werden, als weltweiten Gesundheitsnotstand eingestuft und die höchste Warnstufe ausgerufen. Die Volksrepublik China hat zum Beispiel bereits schärfere Einreisekontrollen für Flüge aus MPOX-Risikogebieten verhängt, wobei sich Pakistan gestern angeschlossen hat. Die schwedische Regierung meldete zudem vorgestern den ersten bestätigten MPOX-Fall in Europa, was den Kontinent in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte. Doch steuern wir jetzt tatsächlich in die zweite Pandemie oder ist die Warnung der WHO gezielte Panikmache? Nun, dazu muss man wissen, dass es seit den 70er Jahren zu regelmäßigen Ausbrüchen der Affenpocken in Zentral- und Westafrika kommt. Affenpocken sind eine Zoonose, also ein Virus, das von Tieren auf Menschen übertragen wird. Doch anders als der Name vermuten lässt, sind die primären Würte dabei bestimmte Nagetierarten, die in den betroffenen afrikanischen Staaten heimisch sind und die Krankheit bei direktem Kontakt, zum Beispiel durch Jagd und Verzehr ihres Fleisches, auf Menschen übertragen können. Die Krankheit erhielt nur deshalb den Namen Affenpocken, weil sie erstmals in den 50er Jahren bei Laboraffen identifiziert wurde. Doch in freier Wildbahn spielen Affen nur eine sekundäre Rolle bei der Übertragung der Krankheit auf den Menschen. Mit der sogenannten Klade 1 und Klade 2 gibt es zwei verschiedene genetische Linien des Affenpocken-Virus, die sich in ihrer Virulenz und Übertragbarkeit unterscheiden. Klade 1 tritt vor allem in Zentralafrika, also dem Kongo, Gabun und Kamerun auf und gilt als die schlechter übertragbare, dafür aber tödlichere Variante. Etwa 10% der nicht gegen Pocken geimpften Infizierten erliegt der Krankheit, wobei eine vorherige Pockenimpfung, so wie sie im Westen routinemäßig verabreicht wird, das Sterberisiko gegen Null sinken lässt, selbst wenn sie bereits Jahrzehnte zurückliegt. Trotzdem kann die Standard-Pockenimpfung aufgrund der beigemischten Schwermetalle andere schwere Nebenwirkungen auslösen, doch das nur am Rande. Die ansteckendere Klade 2-Variante tritt hauptsächlich in Westafrika auf und ist selbst für Ungeimpfte mit einer Sterblichkeitsrate von unter einem Prozent deutlich ungefährlicher als Klade 1. Der jetzige Ausbruch, den die WHO zum weltweiten Notstand gemacht hat, betrifft hauptsächlich das zentralafrikanische Land Kongo, wo die meisten der seit Jahresbeginn verzeichneten 18.700 Infektionen aufgetreten sind. Da es im gesamten Jahr 2023 nur 14.383 Affenpockeninfektionen in Afrika gab, gehen die Ärzte vor Ort von einem schwereren Ausbruch aus, was sie der neuen festgestellten Subvariante Klade 1b zuschreiben. Diese solle sich deutlich schneller ausbreiten als Klade 1 und trotzdem tödlicher sein als Klade 2, was das Risiko eines Flächenbrandes in Zentralafrika erhöht. Gleichzeitig wissen wir aber, dass Viren bei einer Mutation meist ansteckender, aber weniger tödlich werden, da sie sich auf eine maximal große Anzahl an Würten verteilen, diese allerdings nicht töten wollen, da sie dann selbst nicht überleben könnten. Und so weist die neue Sublinie Klade 1b mit den bisher 541 Toten von 18.700 Infizierten gegenüber Klade 1 eine deutlich gesunkene Sterblichkeitsrate von 2,8% auf. Eigentlich eine relativ gesehen gute Nachricht, da diese neue Variante die alte, tödlichere Linie verdrängen und ausrotten wird. Da die Affenpocken ein DNA-Virus sind, mutieren sie anders als die RNA-Viren, zu denen auch Covid zählt, nur äußerst selten, weshalb sich die tödlichere Variante über Jahrzehnte hinweg halten konnte. Zudem kann es sogar sein, dass die neue Variante weniger tödlich, aber nicht zwangsläufig viel ansteckender ist. Denn was die meisten Medien nicht berichten ist, dass sich der aktuelle Ausbruch hauptsächlich im Flüchtlingslager Goma der Vereinten Nationen an der Grenze zu Ruanda abspielt. Dort und in den umliegenden Gebieten halten sich aktuell mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge auf, die seit Jahresbeginn durch einen Bürgerkrieg zwischen Rebellen und dem kongolesischen Militär vertrieben wurden. Laut der UN sind die Lager enorm überfüllt und teilweise leben mehr als 20 Personen in einem kleinen Zelt, was die Ausbreitung der Affenpocken natürlich enorm begünstigt. Diese übertragen sich nämlich hauptsächlich durch engen Körperkontakt, deren solchen Lagern natürlich kaum zu vermeiden ist. Der aktuelle Ausbruch lässt sich also nicht wirklich mit der Lage im letzten Jahr vergleichen, weshalb man die Frage stellen muss, warum die WHO so tut, als sei die neue Variante viel ansteckender, ohne dabei zu erwähnen, dass die aktuellen Bedingungen im Kongo Infektionen enorm begünstigen. Aktuell verbreitet sich auch die Theorie, dass die bei einer Affenpockeninfektion typischerweise auftretenden Bläschen auf der Haut in Wirklichkeit die Auswirkungen eines Covid-Impfschadens sind, da blasenbildende Autoimmunerkrankungen laut Pfizers eigenen Dokumenten eine mögliche Nebenwirkung der mRNA-Impfung sind. Die Presse hat auch alle Hände voll zu tun, genau dieser These als Desinformation zu widerlegen. Und tatsächlich sind die zweifelberechtigt, da der Kongo mit gerade einmal 2-3% eine der niedrigsten Covid-Impfraten der Welt hat und die Blasenbildung als Nebenwirkung normalerweise zeitnah nach der Impfung auftritt. Zudem gibt es, wie gesagt, seit den 70er Jahren regelmäßige Affenpockenausbrüche in Zentralafrika, wobei in diesem Jahr lediglich mehr Fälle auftreten, was höchstwahrscheinlich mit der Flüchtlingssituation im Kongo zusammenhängt. Für uns in den Industriestaaten wird sich der aktuelle Ausbruch wohl eher nicht zu einem Flächenbrand entwickeln, wie die meisten von den Medien zitierten Experten und auch der Gesundheitsminister Lauterbach bereits bestätigt haben. Zu der Risikogruppe, die in Berlin bereits zur Impfung aufgefordert wurde, zählen laut dem RBB in erster Linie homosexuelle Männer und Afrika-Reisende. Für den Rest der Bevölkerung ist eine Ansteckung, geschweige denn schwere Erkrankungen, äußerst unwahrscheinlich. Seit 2013 existiert bereits ein spezifischer Affenpockenimpfstoff des dänischen Pharmakonzerns Bavarian Nordic, der nicht auf der neuartigen mRNA-Technologie basiert und auf der eigenen Website mit einem Bild glücklicher homosexueller Menschen beworben wird. Darunter bestätigt auch Bavarian Nordic die Risikogruppe. Laut dem sollten sich in erster Linie schwule und bisexuelle Männer impfen lassen, die regelmäßig Geschlechtsverkehr mit anderen Männern haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Affenpocken zu einer weltweiten Pandemie entwickeln, ist also enorm gering. Trotzdem explodiert aktuell der Aktienkurs von Bavarian Nordic, da die WHO Druck auf alle zentral- und westafrikanischen Regierungen ausübt, möglichst die gesamte Bevölkerung gegen Affenpocken zu impfen. Allein in den letzten fünf Tagen ist die Bava-Aktie um fast 50% in die Höhe geschossen. Nun hat das Unternehmen bereits bestätigt, dass sie bis Ende 2025 gerade einmal 10 Millionen Impfdosen produzieren können, was bei weitem nicht ausreicht, um den potenziellen Bedarf aus Afrika und dem Rest der Welt abzudecken. Deshalb appelliert die WHO jetzt an alle Staaten, die Affenpocken-Impfstoff horten, einen Teil davon an Afrika abzugeben. Doch es gibt eine deutsche Firma, die euch allen bekannt sein dürfte, die sich natürlich rein zufällig optimal aufgestellt hat, um von dem jetzigen Ausbruch in Zentralafrika profitieren zu können. Ja, bereits Mitte September 2023 hat das Mainzer Pharmaunternehmen Bauntek bekannt gegeben, dass sie einen Affenpocken-MRNA-Impfstoff entwickeln und dafür eine Finanzspritze in Höhe von 90 Millionen Dollar von der Organisation Zepia erhalten haben, die wiederum im Jahr zuvor mit 150 Millionen Dollar von der Bill und Melinda Gates Stiftung unterstützt wurde. Der mRNA-Affenpocken-Impfstoff von Bauntek befindet sich aktuell in der letzten Phase der wie beim Covid-Impfstoff enorm verkürzten klinischen Studien und kann wohl möglich noch in diesem Herbst eingesetzt werden. Da trifft es sich gut, dass Bauntek gerade seine neue Impfstofffabrik in Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, fertigstellt, die sich, rein zufällig versteht sich, nur 160 Kilometer bzw. dreieinhalb Autostunden von den großen Flüchtlingslagern in Goma entfernt befindet. Wusste Bauntek bereits im Vorfeld, dass es einen großen Affenpockenausbruch in Zentralafrika geben wird und Bavarian Nordic den Bedarf nicht decken kann, weshalb sich die Einrichtung einer Produktionsstätte in Ruanda für sie als überaus profitabel erweisen könnte? Natürlich ist das erstmal eine Unterstellung, doch Bauntek selbst hat nicht gerade einen Hehl daraus gemacht, dass sie im Herbst 2024 mit ungewöhnlich großen Profiten rechnen, so schrieb das ZDF im Mai diesen Jahres. Der Mainzer Impfstoffhersteller Bauntek ist mit einem Verlust in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. Unterm Strich verzeichnete die Firma im ersten Quartal einen Nettoverlust von 315,1 Millionen Euro nach einem Gewinn von 502,2 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz brach von 1,27 Milliarden Euro im ersten Quartal 2023 auf nunmehr 187,6 Millionen Euro ein. Bauntek begründete den Verlust mit gesunkenen Erlösen des Impfstoffs gegen das Coronavirus, der die Firma weltberühmt gemacht hatte. Für das gesamte Jahr 2024 rechnen die Mainzer aber weiter mit einem Umsatz zwischen 2,5 und 3,1 Milliarden Euro. Sie gehen allerdings davon aus, dass etwa 90% davon in den letzten Monaten dieses Jahres erzielt werden wird. Natürlich ist es merkwürdig, wenn ein Pharmaunternehmen, das direkt von Krankheiten profitiert, bereits ein halbes Jahr vorher prophezeit, dass sie 90% ihres Umsatzes im vierten Quartal erzielen werden. Sie haben sich auch nur mit solch einer fragwürdigen Aussage an die Öffentlichkeit gewendet, weil sie so die Talfahrt ihres Aktienkurse stoppen wollten, was ihnen kurzzeitig auch gelungen ist, nachdem der Aktienkurs von über 320 Euro im November 2021, also dem Höhepunkt der Covid-Impfkampagne, um 75% auf 80 Euro im April 2024 gefallen war, konnte die eben erwähnte Ankündigung dem Kurs ein kurzzeitiges Plus von fast 20% bescheren, bevor sich die Talfahrt dann auf aktuell 76 Euro fortsetzte. BioNTech also frei nach dem Motto, liebe Aktionäre, wir wissen, die Aussichten auf ein langjähriges Covid-Impf-Abo dank Impfzwang waren eine Nullnummer, weshalb ihr fleißig unsere Aktien abverkauft, doch wir wissen bereits, dass es im vierten Quartal diesen Jahres wieder einen größeren Ausbruch geben wird, der uns Milliardenprofite beschert. Und voila, drei Monate später mutiert plötzlich das Affenpocken-Virus in einem Flüchtlingscamp im Kongo, das sich zufällig ganz in der Nähe von BioNTechs neuer mRNA-Fabrik befindet, wo in wenigen Wochen der neue mRNA-Affenpocken-Impfstoff hergestellt werden kann, dessen Entwicklung zufällig genau zum richtigen Zeitpunkt begonnen wurde. Ja, das sind ganz schön viele Zufälle, wenn ihr mich fragt. Ja, und BioNTech kann das Affenpocken-Geld scheinbar gut gebrauchen, da sich ihr kombinierter Covid- und Grippe-Impfstoff vor zwei Tagen als unwirksamer Flop herausgestellt hat, wie das Handelsblatt berichtet, was unseren Gesundheitsminister Lauterbach trotzdem nicht abgehalten hat, weitere 15 Millionen Booster-Impfungen für bis zu eine Milliarde Euro bei dem Mainzer-Unternehmen zu bestellen, obwohl im gesamten Jahr 2023 nur 5 Millionen Booster-Impfungen verabreicht wurden. Lauterbach geht also aus irgendeinem Grund davon aus, dass sich diesen Winter dreimal mehr Menschen boostern lassen werden, als im gesamten Jahr 2023. Das ist perfide Steuerverschwendung, bei der man sich wirklich fragen muss, ob Lauterbach verdeckt davon profitiert, dass er BioNTech solche Unsummen zuschanzt. Doch zurück zu den Affenpocken. Wenn BioNTech und Co. vorab gewusst haben, dass es im Spätsommer und Herbst zu einem größeren Affenpockenausbruch kommt, dann müssten sie ja präzise vorausgesagt haben, wann die Klade-1-Variante mutiert, was so gut wie unmöglich ist, da DNA-Viren überaus selten mutieren. Es sei denn, die neue Variante wurde ebenso wie das Coronavirus im Labor modifiziert und bewusst in Umlauf gebracht, wobei sich überfüllte Flüchtlingslager natürlich anbieten würden. Dazu habe ich diesen Artikel hier gefunden. Tatsächlich hat der republikanisch geführte Energie- und Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses im Juni diesen Jahres einen Bericht herausgegeben, laut dem der US-Virologe Dr. Anthony Fauci und seine Behörde NIAID im Jahr 2015 intern grünes Licht für Gain-of-Function-Experimente mit dem Affenpocken-Virus gab und dies gegenüber dem Kongress geheim zu halten versuchte. Der Bericht stützt sich auf die Aussage des NIAID-Virologen Bernhard Moss, der bestätigte, dass er und andere Wissenschaftler den Auftrag gehalten haben, die tödlichere Klade-1-Variante so zu modifizieren, dass sie genauso ansteckend ist wie die weniger tödliche Klade-2-Variante. Ist das nicht exakt das, was wir jetzt im Kongo beobachten, eine Mutation der Klade-1-Variante, welche sie genauso ansteckend macht wie Klade-2? Kann es sein, dass hier gezielt eine Krankheit in Afrika ausgelöst wird, um damit Geld zu verdienen? Immerhin schreibt selbst das ZDF, die Staaten müssen handeln, die Institute müssen arbeiten können und es geht natürlich wie so oft auch um Geld. Und wer weiß, vielleicht sollen gerade die afrikanischen Staaten, welche die Covid-Impfung weitestgehend abgelehnt haben, durch die Affenpocken doch noch in Genuss ihrer mRNA-Spritze kommen. Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, welcher Variante der Geschichte ihr Glauben schenkt. Entweder ist das Virus zufällig genau dann mutiert, als Bountech seine neue mRNA-Fabrik fertiggestellt hat, in der ihr zufällig gerade fertig entwickelter Affenpocken-Impfstoff produziert werden kann, der dann recht schnell zur selbstlosen Rettung von Zentralafrika eingesetzt werden kann, weil sich Bountechs Fabrik zufällig in der Nähe des Ausbruchortes befindet. Oder die neue Virus-Variante ist durch Fauci's Gain-of-Function-Forschung entstanden und wurde bewusst im Goma-Flüchtlingslager in Umlauf gebracht, damit Bountech 90% seines Jahresumsatzes im vierten Quartal erzielen kann, so wie es den Aktionären versprochen wurde. Da ich keine der beiden Varianten zu 100% beweisen kann, überlasse ich euch die Entscheidung, was ihr für die Wahrheit haltet. Doch eins ist klar, sollte die zweite Variante stimmen, dann gehen alle Beteiligten ein enormes Risiko ein, da der US-Kongress bereits die Beweise zu den Affenpocken-Gain-of-Function-Forschung vorliegen hat und sicher auch nicht nur zufällig im Juni freigegeben hat. Vielleicht war es eine letzte Warnung, die überhört wurde, weil man schließlich nicht umsonst eine neue Fabrik in Ruanda gebaut haben will. Wir leben nicht mehr im Jahr 2000, in dem so etwas einfach umgesetzt werden kann, ohne die Bevölkerung zu alarmieren. Letztendlich dient all das der nächsten Welle des Massenerwachens, welches das Fundament einer neuen Erde schafft, der solche Machenschaften nicht länger angehören werden. Es ist ein absolutes Privileg der Pharmaindustrie, so viel Geld mit der Herstellung von Medikamenten verdienen zu können und es gibt sicherlich zahlreiche Mittel, die vielen Menschen das Leben gerettet haben. Doch wer dem Pfad der Gier folgt und dabei jegliche Moral über Bord wirft, der wird am Ende alles verlieren. Ja, solch einen Bericht werdet ihr im Mainstream sicher nicht zu sehen bekommen und doch bin ich nur ein einzelner freier Journalist, der nicht mit riesigen GZ-Budgets durchfinanziert wird und dem YouTube seit Jahren auch schon keinen Cent mehr zahlt. Deshalb weiß ich jeden Freiwilligenbeitrag, der mir erlaubt, meine Zeit in aufwendige Berichte wie diesen hier zu stecken, wirklich sehr zu schätzen. Falls euch meine Videos gefallen und ihr die Arbeit dahinter unterstützen möchtet, dann findet ihr einen PayPal-Spendenlink sowie eine Kontoverbindung in der Videobeschreibung direkt unter diesem Bericht. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr euch zum nächsten Bericht wieder einschaltet. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video schaut. Ciao!